Noch wissen Sie nicht, warum Sie uns brauchen. In den nächsten zwei Minuten erfahren Sie, was uns von vielen anderen positiv unterscheidet. Bleiben Sie dran! Die Anforderungen des Arbeitsmarktes haben sich nachhaltig geändert. Klassische Rekrutierung funktioniert nicht mehr und Vakanzen bleiben offen. Transfergesellschaften waren gestern, Transformation muss neu gedacht werden. Auch wir, die viele Jahre erfolgreich in dieser Transformation gearbeitet haben, müssen uns dieser Veränderung stellen. Aus diesem Grund haben wir das Netzwerk Kompetenzkatalysator, kurz NETCOMCAT, gegründet. Hochkomplexe Veränderungsprozesse bedürfen einer Vielzahl an Kompetenzen und flexiblen, innovativen Ansätzen. Und genau das liefern wir. Zeit für NETCOMCAT. Wir sind ein Netzwerk aus bundesweit aktiven Senior HR Beratern, ermitteln ihre Kompetenzen und schaffen Katalysatoren für Arbeitsumgebungen, die genau diese Kompetenzen positiv beeinflussen. Unsere berufliche Situation gibt uns die Freiheit, Verträge flexibel zu gestalten, wie zum Beispiel befristete Arbeitsverträge. Unsere Integration in Ihre bestehenden Strukturen erleichtert Ihnen und uns die Umsetzung der gemeinsamen Ziele. Auf alle notwendigen Kompetenzen kann durch das bundesweite Netzwerk kurzfristig zugegriffen werden. Und dies schafft für größere Projekte die notwendige Skalierbarkeit und persönliche Präsenz am Ort des Geschehens. NETCOMCAT – für die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und den Erfolg Ihres Unternehmens. Interessiert? Kontaktieren Sie uns. Ihr Ansprechpartner ist Martin Büch. Wählen Sie die Nummer 0179 215 9103 oder schicken Sie uns eine E-Mail an kontakt.netcomcat.de. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum sollte ich einen befristeten Arbeitsvertrag abschließen? Ja, dann schauen Sie sich unser nächstes Video an. Ihr Team von Netzwerk Kompetenzkatalysator NETCOMCAT. Bis dann! Das war's für die Zufriedenheit der NETCOMCAT.